Musik Entweihe noch eine Leiche und du teilst ihr Schicksal. Zeig mir noch einen Schatz aus deinen Träumen. Ja, wir werden uns beweisen, leuchtender Herr. Wir zeigen, dass wir gut sind. Führ uns zu ihm. Ja. Kommt. Hier, lass. Kommt schon. Los, Hedler. Kommt. Volke uns leuchtender Herr. Wir gehen zu den Schätzen. Was? Beim letzten Mal gab es keine Orkse. Sie sprießen aus dem Boden hervor. Was? Hast du das gehört? Schleif! Jetzt traust dich ein Mörder herauf. Geh her! Garstige dort oben! Tötet sie. Leuchten, der Herr bringt uns zum Schatz. Wir zeigen es ihm. Wir zeigen es ihm. Und er belohnt uns. Piepser, da oben, dort. Ich habe den Waldläufer aufgebrannt. Ich kann alles sehen. Also kann es nicht so schwer sein. Den leuchtenden Herrn, den edlen Herrn. Er riecht gut wie Fisch an der Luft. Aber der dreckige, diebische Waldläufer kommt mit. Dreckiger Waldläufer, er riecht, er stinkt. Er tut uns weh, er bestiehlt uns. Beutelis, Beutelis. Er zeigt ihn uns, dann nehmen wir ihn. Er zeigt ihn uns, dann stiehlt er ihn. Nein, nein. Wir nehmen ihm den Schatz. Wir nehmen ihn. Oh, spitze, spitze Stein. Aber nicht wehtun, nicht wehtun. Braver spitze Stein. Führe uns. Leuchtend. Ihr geht. Wir warten hier auf euch. Dein Freund scheint uns allzu gerne in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist jede Gefahr wert. Leuchtend. Ich bin schon mal. Oh, okay. Ich bin der Neue, man. Ich bin der Neue. Ich bin der Neue. Wer ist das denn? Spitzung. Wer ist hier? Welch ein edles Geschenk. Das ist unser Mitstreiter. Ein Geschenk. Doch wo ist... mein Schatz? Komm her! Lass ihn gehen. Was nutzen uns diese Träume? Sie geben uns keine Antwort, nur weitere Fragen. Das sind nicht bloß Träume. Mit jeder Vision wird meine Macht noch stärker. Der Herr wird uns beschützen. Der Waldläufer geht lieber. Sehr gefährlich ist es hier. Wir warten am alten Tunnel auf ihn. Gula! Gula! Das war's für heute. Das war's. Das war's für heute. Dieser Halbling Gollum wird uns bei der ersten Gelegenheit an die schwarze Hand verraten. Er mag den dunklen Herrscher nicht. Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes. Ich kann es spüren. Die Schwelle sind ein Schicksal für die Schwelle der Falle. Beide Hosen! Gehen Sie, Schwer! Die Schwelle sind ein Schwer! Die Schwer! Die Schwer! Die Schwer! Schlag dich von der Seite an! Lass genau das stehen! Schlag dich von der Seite an! Komm hier! Ja, die Klappe. Hilf mich jetzt nicht. So. Komm! Komm? Ciao! Oh, das ist ein Schreie. Oh, das ist ein Schreie. Oh, das ist ein Schreie. Wenn ich diese kleine Ratte sehe, bringe ich sie selbst zur Strecke. Sie überwarten uns schon viel zu lange. Nun, wo ist er? Du freundestellst weder ein Lügner oder ein Feigling. Und wenn du ihn mit deinen Drohungen verschreckt hast. Lass uns deinen kostbaren Schatz finden. Die kleine Ratte ist nicht hier. Der Adler erspäht seine Beute aus der Luft. Tun wir es ihm gleich. Dann Appliceregen wir sich wahrscheinlich mit dem Essen an. Vielen Dank.